Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Tomb Raider und so schön wie hier die Sonne schreit schreit scheint ist es in Wirklichkeit tatsächlich auch deswegen geht lieber raus bevor ihr euch das Video hier anguckt Prozent ist besser gut guckt sich dann danach an oder gar nicht um was haben wir hier das haben wir uns nochmal letzte Folge schon geguckt aber noch nicht ganz genau schon ziemlich alt hier die Leichen würde ich behaupten und wir sollen das Tor finden jetzt ist nur die Frage welche Richtung das ist hier heißt das wir müssen da runter ist das unterirdisch Moment ist falsch oder ist falsch ja genau von hier kommen kommen wir doch genau wir waren ja hier dann und haben wir die alle hier weg ach genau ja erreichen sie das Tor unter der Brücke gut versuche ich hey Munition Lala ja da ist es wer sagt's denn das geht doch das haben wir doch natürlich oh 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 na komm so so gottogott muss ich mich ganz konzentrieren da wie spannend so so wo seid ihr denn alter was war das denn war da noch so ein ding jetzt gut das wird so nix so das war gut das war gut nein ich wusste nicht von wo das kommt ja musste ich raus aber pfff alter schwede das da geht die post ab mein Freund nö nö zack kann ich eigentlich mit dem feuerpfeil nö ich kann ein bisschen mehr mit mit feinen zu machen wenn wir die schnelle bekommen als munition alter wie die waffen reinhauen gleich gut wir haben keine rüstung das ist schon realistisch muss man ja sagen aber ich denke wir haben erstmal den größten unrat beseitigt und ich denke aber das war es noch nicht der gang ist nämlich noch lang lange gänge bedeuten immer nichts gutes meistens zumindest und ich will eigentlich nicht überrascht werden deswegen ein bisschen vorsichtiger beim ersten mal konnte ich leider nicht mehr ausweichen das hat man ja gesehen beziehungsweise bin ich ausgewichen aber dann haben die mir richtig blei um die jetzt einfach hier weiter gehen oder was finden sie einen weg durch das tor ok das haben wir ja jetzt was ist das bergungs gut ist immer gut 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 können wir hier hoch ich will hier rüber gehen na komm oder nicht geklappt aber wir sind drüben oder wir sind doch jetzt drüben oder toll sie genau falsch umgelaufen es hat perfekt gut dann kriegen wir wenigstens das hier und dann genau ja von da kommen naja ist okay gut macht aber nichts denn ich denke mal oder ich hoffe wir können das hier benutzen oder mehr so es klemmt können wir das kann man das anzünden oh gott ich muss erstmal nachladen einmal die schrot auch gut so warum moment warum komme ich hier nicht hoch das klappt nicht da oben kommt man hin jetzt ist nur die frage erstes wie und zweitens was bringt uns das und da passiert gar nichts ich kann mir auch nicht drauf verstehe ich nicht ganz kann ich irgendwas schieben nein kann ich moment ja genau hier werden feuerpfeil genauso kann ich anzünden das ist immer wenn es jetzt auf geht dann war das so ganz okay das ist ja gut gemacht auch sehr schwer alter und die spitzen hoffentlich kommen wieder durch bevor es runterfällt los gut erst mal hier highway zu hell äh was hier können wir gut jäger upgrades was können wir hier machen haben wir haben wir können wir noch nicht okay dann zurück äh kämpfer können wir auch noch nicht dann überleben halten sie die augen offen schwer zu finden die tiere oder nahrungsquellen aufzuspüren tierische instinkte überlebens kunst sammeln sie zusätzliche belohnung beim bründern von tierkadavern oder und lebensmitteln ähm ja denke ich ist sinnvoller denke ich mal gibt es auch ip und jetzt weißt du was knochensammler plündern sie tierkadavers rückfällig erhalten sie zusätzliches zusätzliches bergungsgut plünderung finden sie bei totenfeinden versteckte taschen und zu ah das ist gut das ist gut hätte ich gerne gut das doch moment können wir können wir was abtreten von unseren waffen bogen würde ich gerne upgraden der ist auf 20 prozent versteckte wurfarme wurfarme ah okay gut ah haben wir mehr mehr ähm mehr spannung auf den szenen wahrscheinlich und holen wir uns das noch ich denke komm was kostet das das kostet doch nix das machen wir doch oder haben wir gemacht gut dann alter ich bin hier so am schwitzen 30 grad schon wieder wir haben gerade mal 12 vor 42 hey warum nimmst du erst 12 uhr auf weil ich nicht ach egal komm komm hör auf hör einfach auf oh oh wer ist das was ist los oh oh welcher alter mann ist das etwa rot jetzt ist nur die frage ich war erst so viel öl drin sehr ekelhaft ah munition was 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 warum treffe ich den nicht oh oh was ist aber der da oben klappt das ja moment mach doch mal kann ich jetzt ja moment ich möchte aber noch was ausprobieren auch wenn du jetzt gleich stößt aber hallo jetzt kannst du gleich mal sehen wie da runterfällst mein Freund ja ja hau ab oh mein gott du arschloch so ähm oh 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 alter jetzt werfen die mit Bomben das ist uncool ja 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 gut hat er sich die bombe selber gegönnt ja 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 ah cool zack aufs maul zack bam ja wirf doch boah alter drei auf einmal mal oh oh alter aufs maul du gleich mit was wärs dran her wer alter ich stehe unter ich stehe unter Bischofus da kommen ja immer mehr da kommen immer mehr soll ich da rüber das geht nicht wenn ich beschossen wäre wenn ich beschossen werde kann ich nicht rüber da kommen noch mehr von den Mistkern da kommen noch mehr von den Mistkern so nächste bitte komm und hol dich zack bam oh man oh man ja komm jetzt ist die bombe wieder was willst du da machen toll die hat kein Leben mehr ne ne wer stirbt ich glaub du stirbst mhm ich hol doch mal boah boah toll ja tu super jetzt einfach too much junge too much ich da too much das ist unmöglich ich versteht die Logik nicht die kommen immer mehr ich bring die um ich bring die um da kommen immer mehr bam 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 nächster zack gut ja übertreibt es doch nicht ihr könnt es ja mal richtig übertreiben ich lasse sie einfach jetzt kommen und dann haue ich die weg komm und hol dich ach Gott, oh Gott, oh Gott das geht nicht das geht nicht das geht nicht ja, super 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 ja ist okay das war wie bei Call of Duty wenn du mehr hast da geht es auch um zzzzzzzz sie bringt uns alle um du gehörst mir Ja, tschüss. Ich bringe noch mehr um, wenn es sein muss. Alter, guckt euch das mal an. So. Ich wollte es gerade noch sagen, da kommen wir noch nie mehr hoch. Erstmal gönnen wir uns. Hier. So. Was können wir noch? Pfeile. Sehr schön. Sehr schön. Da hinten sind auch noch Pfeile. Die können ich mir auch. Okay, voll. Gut, dann gönne ich sie mir nicht mehr. Aber. Gut, das geht nicht. Mist. Ich will doch nur hier ran. Jetzt hat es geklappt. Zack. Gut. Scheiß Alarmanlage da, ne? So. Jetzt hier hoch, oder? Vermute ich jetzt mal. Einfach spontan, weil, äh, ist ja so. Und Absprung. Ähm, hallo. Gut, jetzt. Nein. Oh, Muni. Voll. Okay, gut. Nachleiden brauchen wir gerade auch nicht. Sollen wir da drauf springen? Hm. Hm. Okay, darüber muss ich. Und hier sind die... Ähm. Ja, aber ich muss doch dann... Moment. Ach, nee. Boah, wissen die, dass ich jetzt hier bin? So. zack 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 komm hier aufs maul was was ich schlag den und jedes mal wenn ich den schlag krieg ich schaden was der dornen rüstung oder was es ist jetzt buggy gewesen jetzt habe ich wieder da hoch oh man das war doch jetzt mal over buggy ich schlag den jedes mal krieg ich schaden weil schießen konnte der nicht gott 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 ja mich ja mach ich gerne so alter ich verstehe nicht warum die woher die dynamit kriegen ja gut dass ihr dadurch schießen könnt gut ist ein ganz guter platz denke ich wo denn ich habe jetzt nicht von oben darunter geschossen gut hätten wir so wovon wo baller der denn gut jetzt gleich mit auf den sack junge so nein nehmen wir mal nicht gleich wieder ausrüsten ich hab's gewusst die drecksäcke so karte aktualisiert einer muss aber noch da sein oder ich bin jetzt richtig hier ich bin jetzt richtig hier aber was bleibt uns denn anders üblich 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 natürlich aber natürlich erst in der nächsten folge so in dieser folge ging natürlich nicht so viel gutes würde ich mal sagen also es war leicht schwierig auch muss ich schon sagen aber wir haben es dann doch denke ich recht solide geschafft und ich freue mich dann auf die nächste folge und ich bin gespannt ob uns in der höhle wieder irgendwelche wölfe überfallen und ob wir da mal ganz gemütlich durchkommen denn wölfe hatten wir schon lange nicht mehr bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal